Yo Leute was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Glitch Video von mir. Heute zeige ich euch ein Out of Map Glitch auf Fringe. Was ihr dafür tun müsst ist hier auf der Seite beim Zug hochboosten, dass ihr auf dem Zug landet. Auf jeden Fall auch ein ziemlich nice Spot hier oben, aber das ist ja nicht das Ziel vom Glitch, sondern wir wollen Out of Map und das tun wir auch. Dafür springen wir hier auf der linken Seite vom Zug runter aufs Banggleis und dann haben wir den Glitch auch schon erfolgreich durchgeführt. Hier könnt ihr euch auch ein bisschen rum bewegen, aber nicht zu weit nach vorne, weil weiter vorne ist auch schon wieder der Death Barrier und ihr sterbt, wenn ihr den übertretet. Natürlich wenn ihr wieder aus dem Glitch herauskommen wollt, müsst ihr den Death Barrier übertreten. Anders geht es nicht, außer ihr seid in eigene Spiele und wechselt das Team. Jetzt sind wir eigentlich auch schon am Ende vom Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer MrFreedomHT.